Hast du neulich, da war ich gerade mit meiner Freundin zugegangen, ich sagte zu ihr, Mann du hast ja eine Riesenpussi, Mann du hast ja eine Riesenpussi, sie sagte, warum sagst du das zweimal und ich sagte, hab ich gar nicht. Verstehst du, das war nur das Ende. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020